ja grüß dich mit mir an einem wunderbaren sonntag in einer zeit die vermeintlich eine riesengroße krise ist wenn man sich das jetzt anschaut das heißt es ist scheinbar sehr sehr dunkel aber stellt sich vor stelle vor wenn die größte krise die wir vermeintlich haben unsere größte chance ist dass aus dem dunklen licht hervorkommt und ist aus diesem dunklen dieses licht zu uns kommt und wir völlig neue wege gehen könnten wie sollten diese wege ausschauen macht es sinn sich von alten mustern und gewohnheiten zu lösen das war meine frage für dich heute und ich wünsche dir dabei alles alles erdenklich gute